So, herzlich willkommen auf den TheWales.net Server. Wir befinden uns zur Zeit wieder in Skywars. Auf der neuesten Map Vines, die durch die Skywars Woche auf den TheWales.net Server da ist. Und wir nehmen außerdem das neue Kilt Pyro. Da bekommen wir ein Goldschwert mit Schärfe 2 und Feuer 2. Sowohl eine komplette Eisenrüstung mit Feuerschutz 2. Und wir bekommen ein Feuerzeug. Ja, so. Das ist dann auch das Kit Nummer 4, das ich vorstelle. Und gleichzeitig der dritte Tag der Skywars Woche. So, wir sind in Team Rot. Ich muss euch schon mal vorwarnen, Vines ist ähnlich wie Golems. Jetzt nicht besonders schön, finde ich. Recht, weiß ich nicht. Vollgepackt mit Blöcken, würde ich jetzt mal sagen. Naja, man kann, man kann damit leben. Sagen wir es so. Schutz 1 ist besser als Feuerdings. Oh, Eisenschwert. Okay, wie viel Scheibe macht er? 7 und da... Kann ich mich noch nicht entscheiden. Ach Gott, was schenkt er mir da? Schrott. Dankeschön für den Schrott. So, die Almen wäre auch ganz schön, aber... Nein. Nein, 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 nein. So, hier haben wir noch eine Kiste. Ein Feierzeug habe ich eigentlich. Und Experienz Flaschen. Dann bauen wir uns mal hier rüber. So, die Map hat halt wieder 10.000 Inseln, was ich nicht so toll finde, aber das weiß man ja mittlerweile. Dann haben wir noch ein Diaschwert, brauche ich nicht. Ist er alleine? Weiß nicht, vielleicht sieht er mich nicht. Doch, er hat mich gesehen. Ups, sorry. So, ich bin Team Blau, sehe ich gerade. Und da hinten kämpfen die oder nicht? Keine Ahnung. Ich starbe ab. Nein, 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 nein. Oh Gott. So, wir haben Fuxi getötet. Okay. Und den da auch? Also hoffe ich jetzt. Och Mann. Och Mann, ey. So, so sieht die Map hier ganz aus. Das ist jetzt nicht wirklich, weiß ich nicht. Ist nicht schön. Sagen wir es so, ja. Es ist einfach nicht schön. Okay, und dann denke ich mal, gehen wir direkt in die nächste Runde. Ob es der 2.1 wird, weiß ich nicht. Sehen wir ja dann. Unicorn, Steampunk, Marzia und Clay. Hm, nee. Nee, dann gehen wir halt in. Gehen wir in die Oase rein. Oh, es ist nur eine kleine Map. Die finde ich auch wieder schön. Und wir nehmen wieder das Pyro-Kit. So. Hm, Eisenschwert ist schlechter. Ofeine immer mitnehmen. Das ist die Map, die finde ich viel, viel schöner. Ja, ich hätte ein bisschen die neuen Maps, weil die nicht schön. Die sind einfach nicht schön. Es tut mir ja leid. Soll ich lügen, oder was? Nee, ich lüge hier nicht. Die Maps sind einfach nicht wirklich toll. Oder ist mir gerade so ein bisschen der Kotzreiz hochgekommen. So, Schutz 1 ist besser als der Feuerschutz. Ach, die Hose brauche ich nicht. Das zerbrauche ich. So, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, weil ich denke, der Typ ist schon ein bisschen weiter als ich. Oh, gar nicht. Nee, der ist nur in der Höhle. Das Schild da unten. Wetten, der ist Bergarbeiter. Dieses Kit ist so unnötig. Naja, komm. Den schnappen wir uns jetzt mal. Lava haben wir leider nicht. Aber wir haben ganz, ganz viel TNT. Und da ist er weg. So, tschüss. Hat er die Kisten geöffnet? Ja, ich glaube nicht. Ja, ich glaube nicht. Okay. So, dann gehen wir jetzt mal in die Mitte. Oh, da ist schon einer schon in der Mitte. Oh mein Gott. Okay, wir bleiben doch außen. Ich habe es mir doch nochmal schnell anders überlebt. So, hat er die Kiste? Oh, okay. Boah, da wäre ich fast runtergefallen. Und jetzt. So, noch einer ist draußen. Noch vier Leute. Da weiß ich, das ist ein Spectator. Soweit ich das mitbekommen habe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bitte, bitte schieß mich nicht runter. Ich hoffe einfach, der Typ hat mich nicht gesehen. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall gehe ich jetzt zu ihm. Und ich schütte ihn einfach mal. Und tschüss. So. Jetzt sind es nur noch drei. Oh, das war gefährlich. So, wo ist denn der dritte? Beziehungsweise die anderen? Ach, nur noch zwei. Da hinten ist der. Okay. So, schnell hinspringen. Boah. Ich dachte gerade, ich verkacke. Aber das tue ich natürlich nicht. Weil ich halt cool bin, ne? Okay. Jetzt da hinten. Och man, was macht der Typ? Hat er jetzt wieder weg oder was? Ich hoffe mal nicht. Oh mein Gott. Hatte gerade einen kurzen Augenblick, dass sie sterben würde. Naja. Hat er einen Bogen oder nicht? Ich sehe es nicht. So, komm, bitte, bitte, bitte. Schneller. Schneller. Oh mein Gott. Er hat einen Bogen. Aber ich auch. Och Mann. Mist. Okay. Er hat einen Bogen. Das ist jetzt nicht so toll. Muss ich dazu sagen. Ich habe ein bisschen Angst, dass er einfach einen Bogen hat. Okay. Ist doch spannender als ich dachte. Ach nee, ey. So. Komm. Nein, komm. Ach Mann, okay. Digi an der Turbinator. Ich denke, das war es wieder mit Sky Wars. Wir sehen uns dann morgen wieder zu der neuesten Map. Die wahrscheinlich morgen wieder da ist. Das Golems. Iiii. Iiii. Buh. Das Weins. Buh. Wo ist Atlantis? Yeah. Yeah. Okay. Ja. Bis dann. Euer Kamito. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020